Jetzt kommen wir zu dem Varaka, was du gesagt hast, dass der Mann, davor in der islamischen Zeit Christ, also die behaupten Christ, aber eben von dem, was er behauptet und spricht und so, merkt man, also Christ kann er nicht gewesen sein und dann ist er blind geworden. Und dann fragt der Varaka, fragte, oh mein Neffe, was hast du gesehen? Der Gesandte Allahs beschrieb, was er gesehen hatte. Varaka sagte, das ist dasselbe, das ist derselbe, der die Geheimnisse bewahrt, nämlich der Engel Gabriel, den Allah zu Mose geschickt hatte. Also wer sagt, dass es Gabriel war? Sagt es Gabriel oder sagt es der Engel? Nein. Sagt Mohammed, dass es Gabriel war? Nein. Das sagt erst dieser Varaka, im Prinzip der Islam, der gesamte Islam, ob dieser Engel, der in dem Mohammed Besessenheitssymptome hervorgerufen hat, ob das ein Dämon war oder ein Engel. Wer entscheidet darüber? Varaka. An Varaka, an der Wahrhaftigkeit dieses Mannes, hängt der gesamte Islam, an der Wahrhaftigkeit dieses Mannes, hängt deine Seele. Du verwettest deine Seele auf diesen Mann, auf diesen Mann. Und weil der behauptet hat, ja, ja, das ist genau dasselbe, genau dasselbe wie bei Mose. Das Schöne ist, wir können das überprüfen und werden es nachher überprüfen, ob diese Behauptung stimmt. Und dann sagt er noch, ja, dass er ihm nachfolgen will. Aber übrigens, der Varaka ist nie Moslem geworden. Mal davon abgesehen. Und auch in einer anderen Hadith sagt er auch, das ist derselbe Namus, also Gabriel, der dem Allah zu Mose geschickt hatte. Und jetzt können wir dann mal gucken, wie das eigentlich bei Mose war. Ich hole dich mal wieder dazu, wenn es okay ist. Ja, ist okay. Jetzt gucken wir mal, der Varaka, der behauptet ja, das ist genau das, was Mose erlebt hat. Jetzt schauen wir mal, was Mose erlebt hat. Also, Mose geht durch die Wüste und da sieht er einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und das macht ihn stutzig. Und er geht hin und dann heißt es, dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme. Der Engel Jahwes, das ist, setze ich jetzt einfach mal voraus, wer die letzten Livestreams gesehen hat, wird er auch noch mehr dazu gehört haben, das ist die zweite Person der Dreieinigkeit, das ist Gott, der auf der Erde erscheint. Wird jetzt auch gleich noch deutlich. Als Jahwe, also jetzt wird nicht mehr davon gesprochen, dass es der Engel ist, sondern das ist immer wieder bei diesen Stellen mit dem Engel Jahwes, dass er sowohl Jahwe ist, als auch von Jahwe unterschieden wird. Also eben auch ein Zeichen für die Dreieinigkeit an der Stelle oder eine, ja, wo das deutlich wird. Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. Mose, Mose. Also erstmal lernen wir, okay, der Engel Jahwes ist gleich Jahwe, ist gleich Gott. Komm nicht näher, sagte Gott, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also das ist jetzt nicht nur ein Engel, ein Boot oder irgendwas, sondern dieser Ort ist jetzt so heilig, weil Gott selbst dort ist. Dieser Ort ist so heilig, dass er seine Sandalen ausziehen muss. Dann sagt er, ich bin der Gott und jetzt stellt sich dieser Gott noch selbst vor. Ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also dieser Gott stellt sich auch noch persönlich vor. Und wie reagiert Mose und warum? Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Also er merkt, oh, ich mag jetzt gar nicht hingucken, weil ich weiß, das ist Gott. Also derjenige, muss man schon erstmal von vornherein feststellen, derjenige, der Mose begegnet, ist Gott selbst in diesem Dornbusch, durch den Engel Jahwes. Das ist Gott selbst. Und der macht den Boden heilig. Der stellt sich persönlich vor. Der macht, dass der Mose Angst hat, ihn anzusehen. Also hier begegnet nicht ein Engel Gabriel. Hier begegnet Gott persönlich. Und was macht Gott? Der gibt ihm eine Botschaft. Und Varaga hat ja auch gesagt, nach einigen Quellen, dass es dieselbe Botschaft ist. Was war die Botschaft? Allah ist der Schöpfer und er hat den Menschen aus einem Blutgerinnsel gemacht. Was lernen wir hier, was die Botschaft ist? Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien, nämlich das Volk Israel, was versklavt ist. Und nun geh, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Und jetzt sagt der Mose, ja, aber wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Und dann gibt Gott Zeichen. Gibt Gott Wunder, dass er sich ausweisen kann als echter Prophet. Diesen Stab, den er auf den Boden wirft, der zur Schlange wird. Das Wasser, was zu Blut wird. Und dann ist noch was mit einer Hand, die aussätigt wird und wieder geheilt wird. Gott gibt dem Mose konkrete Wunder mit, um zu zeigen, dass er wirklich Gott begegnet ist. Okay? Und dann heißt es ja gut, wenn die Leute jetzt aber sagen, ja, du bist ja gar nicht Gott begegnet. So wie wir sagen, ja, du bist ja, das ist ja gar nicht Gabriel. Wie heißt er denn, wenn jetzt gefragt wird, wie heißt er denn, dem du begegnet bist? Ich bin der, der ist und immer sein wird. Also jetzt hier eine Übertragung ein bisschen. Sag den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Hier wird also Gott, hier stellt Gott sich ganz persönlich vor. Auch nochmal mit Namen. Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Hier nochmal die Frage. Wurde in diesem Namen gesprochen von Gabriel? Hat Gabriel gesagt, ich komme im Namen von Jahwe? Hat Mohammed gesagt, ich komme im Namen von Jahwe? Oder hat er gesagt, ich komme im Namen von Allah? Was ein anderer Name ist. Aber nicht derselbe. Und hier heißt, für immer wird es mein Name sein. Also es ist ein anderer Gott. Oder übersehe ich hier irgendwas? Dann heißt es, ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen will. Auch durch eine starke Hand will er sich nicht zwingen lassen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Schreckenderregende Wunder werde ich unter ihnen tun. Dann erst wird er euch ziehen lassen. Also hier werden noch mehr Wunder. Also zu diesen Wundern der Beglaubigung, dass Mose ein echter Prophet ist, wenn er wirklich Gott begegnet ist. Dazu sagt Gott dann ja, und ich mache auch noch Wunder, eine ganze Menge, um das Volk zu befreien. Also Wunder über Wunder. Mohammed hatte keine Wunder, sagt der Koran. Und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen. Und jetzt streitet der Mose oder diskutiert Mose mit Gott hin und her. Und dann irgendwann wurde Jahwe zornig über Mose. Und dann sagt er, okay, jetzt ist aber gut. Ich gebe dir noch den Aron mit als Hilfe. Aber jetzt nochmal die Frage. Jetzt habt ihr die Geschichte so grob gehört. Wir haben es ja nicht ganz komplett gelesen. Das ist sehr, sehr lang. Aber lest es euch in Ruhe nochmal durch. Ihr habt ja die Folie, da könnt ihr euch nochmal angucken und könnt auch nochmal die Stellen nachschlagen in Exodus 3, 2. Mose 3. Die Frage an alle Muslime, was genau ist bei Mose und Mohammeds Berufung gleich? Könnt ihr mir irgendwas sagen, was gleich ist? Wadaka hat behauptet und somit den Islam begründet. Er hat Mohammed beruhigt oder versucht zu beruhigen. Hat ja nicht so ganz geklappt. Aber indem er gesagt hat, das ist derselbe. Was bitteschön ist gleich? Was bitteschön ist ähnlich? Also erstmal hat Wadaka offensichtlich so keine Ahnung gehabt, dass er behauptet hat, es sei ein Engel gewesen. Obwohl wir gelesen haben und gehört haben, es ist Jahwe Gott persönlich ihm begegnet. Und das ist die Frage, an dem der gesamte Islam hängt, die Schicksalsfrage des Islam. Ist der Engel, beziehungsweise eben Gott, der Herr persönlich, der Mose erschienen ist, derselbe, der Mohammed erschienen ist? Und was es alles mit sich gebracht hat mit diesen Besessenheitssymptomen, mit dem, dass er, das habt ihr ja heute ja alles schon gehört. Liebe Muslime, könnt ihr mir irgendetwas schreiben, schreibt es in die Kommentare, könnt ihr mir irgendetwas schreiben, was gleich war? Ist dir was aufgefallen, Dima, was gleich war, wo man sagen könnte, hey, das kann man wirklich vergleichen? Absolut gar nichts. Also ich sage mal, das Einzige, was ich immer wieder als Argument sehe oder Bildchen werden gepostet, ja. Es gibt nur einen Gott, als ob das die einzige Wahrheit ist, die die Propheten und Mose und so weiter gelehrt haben oder empfangen haben von Gott. Ja, das ist ja nur ein Bruchteil, ja. Alles andere, ja, viele Dinge durch die Religion, die Mohammed gebracht hat, werden entstellt und systematisch beseitigt. Und da soll der gleiche Gott sein, der funktioniert nicht. Leider nein. Also und das ist eben nochmal, das ist die entscheidende Frage. Liebe Muslime, eure Seele hängt daran, dass der Wadaka behauptet hat, der Damos erschienen ist, ist derselbe, der der Mohammed erschienen ist. Wir haben jetzt in der Heiligen Schrift der Juden, die alle Juden akzeptieren, die alle Christen akzeptieren, auf die Mohammed seine Hand gelegt hat und gesagt hat, ich glaube dir. In dieser Tora haben wir jetzt gelesen, dass Gott persönlich dem Mose erschienen ist. Wird übrigens auch nochmal bestätigt im Koran, wenn ihr es der Bibel nicht glauben wollt, wird im Koran sogar bestätigt, dass Allah dem Mose im Busch erschienen ist. Davon abgesehen, wie gesagt, wir lehnen den Koran ab, wir glauben den nicht, also natürlich nicht, aber es ist eindeutig, Gott ist Mose erschienen. Und Wadaka behauptet, ja, ja, dieser Gabriel, das ist derselbe, dem Mose auch begegnet ist. Die Lüge ist so offensichtlich und daran hängt euer Seelenheil. Liebe Muslime, wacht auf, jetzt gerade im Ramadan, wacht auf. Wadaka hat Mohammed belogen und wir können es nachprüfen, wir können gucken, ist das gleich und wenn man das macht, liebe Muslime, lest die Texte, wie hat Mohammed seine Offenbarung gekriegt. Lest die Texte, wie hat Moses seine Offenbarung gekriegt und guckt, ob das der gleiche ist und dann entscheidet, ob ihr dem eure Seele anvertrauen wollt. Liebe Muslime, wacht auf. Ich weiß nicht, was man noch sagen soll und ich weiß auch nicht, warum ein Asem oder ein Batman nicht in Tränen ausbrechen und sehen, dass sie einer Lüge folgt sind. Es ist so offensichtlich, es ist so offensichtlich, Besessenheitssymptome, Sachen, die nicht gut sind im Islam. Ich habe jetzt eben diese Serie, Lehren, die Muslime, Islamische Lehren, die Muslime hassen. Das sind zentrale Lehren teilweise, die Muslime hassen, die sie nicht machen wollen. Und ich bin ja erst beim Video 1, es kommen noch einige. Es ist so offensichtlich, dass der Islam nicht gut ist, dass die Offenbarung Mohammeds nicht von Gott kommt. Dass er Gott widerspricht. Mohammed ist als falscher Prophet gestorben. Es ist Punkt um Punkt um Punkt um Punkt um Punkt so klar, so eindeutig, dass der Islam nicht von Gott sein kann, dass Allah nicht Gott sein kann, dass Dschibrail nicht der Engel Gottes und Mohammed nicht der Prophet Gottes sein kann. Es ist klar wie Kristall. Also ich weiß nicht, was man noch sagen kann. Aber ich glaube, weißt du, es gibt so eine bestimmte Stufe, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, du kannst ihm vorsetzen, schwarz auf weiß, es wird nichts bringen. Der Mensch hat sich dafür entschieden und ich sag mal, wie muss es noch klarer sein, die Quellenangaben, die wir heute gezeigt haben. Wenn man nicht davon weiß, okay, wenn man aber davon weiß und sie sieht und sie prüft, wie kann man dann noch mit gutem Gewissen schlafen und sagen, alles gut, alles ist okay, ich verstehe das nicht. Und auch der Ali Klaas, du wurdest mehrfach von mir widerlegt, du Schwätzer. Okay, schön, glaub nicht mir, ignoriere alles, was ich gesagt habe. Lies, lies die Hadithe, die beschreiben, wie die Offenbarung Mohammeds war. Lies die Bibelferse, die sagen, wie die Offenbarung Moses war und sag mir, ob Waraka gelogen hat. Sag mir, ob das derselbe war, der den beiden begegnet ist. Du kannst mich widerlegen, so viel du willst, okay, alles gut, schön, wunderbar, aber rette deine Seele. Rette deine Seele, deine Seele hängt an Waraka, ob er gelogen hat oder nicht und prüf es nach. Um Gottes Willen prüf es nach.